Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und diesmal wieder mit einer kleinen Runde Jorik Mori. Ich habe gerade richtig Bock die ganze Zeit Toplane zu spielen und wir sind gegen Zed. Zed ist ja Next Level anstrengend, um gegen ihn zu spielen und... Es gibt schon die erste Toplane-Action, aber keine Ahnung. Er spielt ein bisschen zu aggressiv, muss ich sagen. Auch wenn er jetzt Level 2 wird, natürlich. Okay, unter dem Tower zu farmen ist halt richtig Cancer. Aber ich will mal einfach nicht zu schnell sch... Ja, Flash weg, Flash weg. Oh mein Gott. Was? Easy Leute, easy Leute. Game get carried, holy shit. Yes, yes. Ja, Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und... Ja, ich habe bei Weitem am meisten Damage gemacht, holy shit. Das war ein nicest Game, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.